Das hier ist eine Sprachenkarte von Europa. Sie zeigt, wo in Europa man welche Sprachen spricht. Aber sie zeigt auch mehr. Wenn man ein wenig Hintergrund kennt, kann man auf dieser Karte große Teile der europäischen Geschichte erkennen. Man sieht das Römische Reich, die Völkerwanderung, die Eroberung der Araber, die Reisen der Wikinger und die Leichen russischer Herrschaft in Osteuropa und türkischer im Balkan. Das sind jetzt ziemlich grobe Pinselstriche. Aber man kann noch feinere Dinge erkennen. Auf Sardinien gibt es ein Dorf, in dem man Katalanisch spricht. Ein Überbleibsel vom Königreich Argon. 5,4% der Bevölkerung Finnlands hat aus Muttersprache Schwedisch. Die Schweden haben ja immerhin 600 Jahre lang Finnland beherrscht. Die Ungarn sind mit ihrer finno-ugrischen Sprache eine Insel im Indoeuropäischen Meer. Das ist logisch. Sie sind erst um ungefähr 900 nach Christus dort eingewandert. Die deutsche Ostsiedlung kann man auch an der Existenz der serbischen Sprachinsel erkennen. Als sich die deutsche Kultur immer weiter nach Osten ausdehnte, wuchs sie praktisch um die slavischen Sorben herum. Die Verluste des 30-jährigen Krieges schnitten sie dann definitiv von den Polen ab. Bis 1945. Aber man kann nicht nur Geschichte erkennen auf dieser Karte. Sie gibt auch ein wenig Einsicht in die Charakterzüge der Menschheit. Chauvinismus kann man ganz gut erkennen. Es hat immer unzählige Leute gegeben, die dachten oder denken, dass ihre Denkweise, ihre Kultur, ihre Sprache die beste ist. Meist waren sie nicht zufrieden damit, das zu denken, sondern mussten auch ihre Sprache als die einzige durchsetzen. 1840 sprachen 39% der Franzosen Occitanisch. Dann wurde Französisch die Schulsprache und Schule Pflicht und Kinder die Occitanischsprachen verhauen. 1993 waren es nur noch 7%. Dieser Chauvinismus kann so stark sein, dass die Angleichung irgendwann auch ohne Druck weitergeht. Irland und Weißrussland sind beide schon Jahre unabhängig, aber in Weißrussland geht die Russifizierung einfach weiter und die Zukunft des Irischen ist ungewiss. Aber nicht, dass ihr mir jetzt denkt, wir Deutschsprachen seien besser gewesen. Wir haben genau dasselbe gemacht mit dem Niederdeutschen und Sorbischen in Deutschland und dem Ungarischen, Slowenischen und Kroatischen in Österreich. Einen Schritt weiter in der Kette. Ungarn war zwar im 20. Jahrhundert oft ein Opfer, aber nur einige hundert Jahre früher waren sie es, die unter der Habsburger Monarchie fremde Kulturen zu assimilieren versuchten. Also, Eroberer, Entdecker, Imperialismus und Chauvinismus. All das kann man auf der Karte erkennen. Aber es gibt auch Sprachen, die man nicht sehen kann. Die Toten zum Beispiel. Die Sterbenden sind da, die schon Gestorbenen nicht. Sprachen können sterben. Wenn keiner sie mehr als Muttersprache hat, ist eine Sprache eben tot. Man könnte sagen, dass alle Sprachen irgendwann sterben. Wie Leute sprechen, ändert sich halt im Laufe der Zeit. Nach genügend Zeit können die Sprecher einer Sprache alte Texte in derselben Sprache dann nicht mehr verstehen. Latein ist ein gutes Beispiel. 800 Millionen Menschen sprechen irgendeinen Nachfahren von Latein. Aber die müssen trotzdem erst zur Schule gehen, um lesen zu können, was genau Katholos mit dieser Frau vorhat. Abgesehen davon können Sprachen aus vielen Gründen sterben. Meist fangen ihre Sprecher einfach an, eine andere zu sprechen. Manchmal machen sie das ohne Druck, weil die neue Sprache nützlicher ist. Das ist zum Beispiel passiert mit dem Friesischen in Ostfriesland und mit Norn, einer Wikinger Sprache aus Shetland und Orkney. Meistens war mindestens leichter Druck beteiligt. So wurde mindestens der Anfang des Untergangs von Kornisch verursacht durch die Einführung englischsprachiger Messen. Die baltische Sprache der alten Preußen ging weniger sanft ins Grab. Sie überlebt nur in ein paar Vokabeln der selber rapide aussterbenden preußischen Dialekte des Deutschen und Niederdeutschen. Ich sagte übrigens mit Absicht, meist fangen ihre Sprecher an, eine andere Sprache zu sprechen. Manchmal sterben sie auch einfach alle. Das ist mit der Sprache der Wikinger in Grönland passiert. Ihre Sprecher sind alle erfroren. Sämtliche Dänen dort sind nach 1700 eingewandert. Manche Minderheiten zeigt die Karte auch gar nicht. Ungefähr 4 Millionen Roma leben in Europa. Schätzungsweise 3,5 Millionen davon sprechen Romani, eine Sprache, die zur selben Familie gehört wie Hindi und Urdu. Man kann sie nicht auf der Karte sehen, weil sie über ganz Europa verteilt sind. Dasselbe gilt für Jüdisch oder eigentlich für alle jüdischen Sprachen. Außer natürlich Hebräisch. Hebräisch sieht man dafür nicht an, dass es ein Zombie ist, gestorben und dann mit Voodoo-Magie wiederbelebt. Für die Juden der Diaspora war Hebräisch bloß eine liturgische Sprache. Im Alltag sprach man sie nicht. Als diese verstreut lebenden, verschiedenen Sprachen sprechenden Menschen sich dann ab Ende des 19. Jahrhunderts entschlossen, ins Land ihrer Ur-Uhr-Uhr-Uhr-Uhr-Wer weiß wie viel mal-Uhr-Uhr-Ahnen zu ziehen, brauchten sie eine gemeinsame Sprache. Das seit Jahrtausenden tote Hebräisch wurde wieder aufgegriffen und ist seitdem der einzige gelungene Fall von Sprachenwiederbelebung. Die Karte ist aber nicht nur problematisch, weil sie manche Dinge nicht zeigt. Wie sie die Dinge zeigt, ist auch nicht immer neutral. Die Grenze zwischen Dialekt und Sprache ist nämlich nicht immer deutlich. Ein gutes Beispiel, Schweizerdeutsch. Als Berliner verstehe ich das hier erst mal gar nicht. Und, ähm, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass Schweizerdeutsch nicht als eigentlich Sprache so fest anerkennt ist, dass man Schweizerdeutsch schreiben kann. Aber wenn ich es lesen kann? Dann schon. Und, ähm, ich finde es ehrlich gesagt schade, dass Schweizerdeutsch nicht als eigentlich Sprache so fest anerkennt ist, dass man Schweizerdeutsch schreiben kann. Solche Verwirrungsfälle gibt es überall. Scots und Englisch, Tschechisch und Slowakisch, Deutsch und Niederdeutsch. Man kann bis in die Ewigkeit weitere Beispiele nennen. Die ganze italienische Sprache ist so. Ist das eine Sprache mit mehreren sehr schwer zu verstehenden Dialekten? Oder sind das mehrere Sprachen, die sich relativ gut untereinander verstehen können? In der Praxis entscheiden oft von der Sprache unabhängige Dinge. So glauben Serben eher an die Existenz einer serbo-kroatischen Sprache und Kroaten eher, dass das vier separate Sprachen sind. Eine politische Motivation bei der Darstellung von Sprachen findet sich übrigens häufig an. Manchmal in absurden Ausmaßen. Das faschistische Italien behauptete Anfang des 20. Jahrhunderts, Maltesisch sei ein italienischer Dialekt. Maltesisch ist aber eine semitische Sprache, näher verwandt mit Arabisch als irgendeine andere Sprache aus Europa. Und das ist genau, was wir so interessant finden. Das hier ist eine Sprachenkarte von Europa. Sie zeigt, wo in Europa welche Sprachen gesprochen werden. Weil sie das zeigt, zeigt sie notwendigerweise auch teilweise die Geschichte von Europa. Geschichte beeinflusst nämlich, wo welche Sprachen gesprochen werden. Aber weil Ideologie beeinflusst, wie man Sprachen sieht, sagt die Karte auch etwas über diejenigen aus, die sie gemacht haben. In diesem Fall über uns. Manx und Cornish zum Beispiel sind zwei Kelch-Sprachen, die vor nicht allzu langer Zeit ausgestorben sind. Ihre Sprecher haben das Englisch übernommen. Deswegen sind die Inselmann und Cornwall auch in Burgunder Rot eingezeichnet. Nun gibt es Versuche, diese beiden Sprachen wiederzubeleben, wie Hebräisch. Ist der Fakt, dass wir das nicht eingezeichnet haben, eine objektive Einschätzung, dass es dafür einfach noch nicht genug neue Sprecher gibt? Oder ein Zeichen unseres Pessimismus über diese Versuche? Ein anderes Beispiel? Friesisch. Das, was in den Niederlanden eingezeichnet werden musste, war ja noch relativ klar. 400.000 Sprecher kann man nicht einfach so ignorieren. Aber wir haben auch noch das Nordfriesisch und das Saatafriesische eingezeichnet. Obwohl nur 6% der Bevölkerung von Nordfriesland Nordfriesisch spricht und überhaupt nur maximal 2500 Leute Saatafriesisch sprechen. Das kann ja schon fast nicht mehr objektiv sein. Das muss daher kommen, dass wir Friesisch eine interessante Sprachgruppe finden. Und ich meine, Serbo-Kroatisch als eine Sprache darzustellen, ist noch relativ unumstritten. Aber hier behaupten wir besser zu wissen, was die Moldauer sprechen, als die Regierung von Moldawien. Abgesehen davon bin ich mir ziemlich sicher, dass Okzitanisch nur auf dieser Karte steht, um die Franzosen zu nerven. Und es gibt bestimmt auch noch mehr Dinge. Aber ich muss irgendwo aufhören. Um das alles zusammenzufassen. Das hier ist eine Sprachenkarte von Europa. Und sie ist faszinierend. Das hier ist eine Sprache. Untertitelung des ZDF, 2020